ja hallo herzlich willkommen wir sind hier heute in der pokémon welt mit minecraft wollte nämlich und zwar geht es hier wobei der ist der beste pokémon meister ist das schön wenn du es ist es ist das geile ist die stadt ja oh mein gott das jetzt das ist das ist irgendwas und ich gebe dir dass die rüstung ist voll selbst bonus dafür man jetzt eigentlich mittlerweile nein nein aber nicht wo ist die crafting table ich habe jetzt kraften nein flott ist wird sich nicht gekraftet ich hab dir das ist mir egal ich bin 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 ich ich wohne hätte dich ja ich habe 36 gruppe ich bin ich bin ich habe pokémon gespielt ich habe pokémon gespielt an derzeit das ist richtig das unternommen regierung heute damals haben wir noch so damals Hallo, wir unterhalten uns auch gerade. Das ist voll unhilflich. Wir improvisieren. Warum ist euer Unterhalt im Mehrwert? Ja? Weil... Wir spielen gerade Minecraft Survival. Ja, wirklich. Junior ist eine Perspektive. Okay, ich würde jetzt hören. Ja, mach das. Der hat es verdient. Wo, Jörn? Wo bist denn du? Das sagen wir dir nicht. Jörn? Ich bin bei Tops, stinkt. Ah. Okay, Jörn, du wirst sterben. Oh, ich sehe da unten was kleines Rotes. Ah, nee, des Tops. Seines Rotes? Hä? Aber ich finde, mein Skin sieht echt nice aus. Der Skin sieht echt nice aus. Der Skin ist richtig... Ich bin bei mir in der Schule. Wir hatten so ein... Wo man sich halt als Kindheitsheld verkleiden sollte. Und das war halt... Bist du als... Dann bin ich mit Ash Ketchum gegangen. Ash... Ash... Ash Ketchum. Es gibt wirklich Leute von meiner Schule, die haben bloß seine T-Shirts. Ja. Das ist doch geil. Ja. Au! Ach, das ist Flo. Ah! Flo hat mich groß gemacht! Flo hat mich groß gemacht! Jörn hat mich groß gemacht! Jörn hat mich groß gemacht! Flo! Tops! 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 Teuro Gott! Warte, warte, warte! Warte, euersecрав. Warte, warte. Westernبةcker sauber. Was ist denn das? Das ist doch heraus. Vorn auf Maja hat euch hier auch noch mehr. Das ist so Niin da! Das ist sauerei. Er kann einfach... Und gleich kriegt das Server in 3, 2, 1 Ich hab keine Esmeralus Ich hab Emeralds, komm schon Warte, komm schon Hast du genügend Gold für ein randomizer? Dann kannst du die vielleicht gegebenfalls zurückholen Dann kannst du die... Kein Ding, ich hab ja meine Liebe für randomizer entdeckt Win, 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 win Und noch was? Und noch was? Und noch was? Nein, Minimental ist geclared worden Hast du noch mal Emeralds? Minimental ist geclared worden Ich hab mir jetzt auch schon randomizer Werte nicht verlieren wir jetzt meine ganzen Items Hab ich es gerade? Lord, ich bin vergiftet Oh, ich Oh, pass auf, es ist keine Barrier Haben wir getauscht? Oh, Leute, ich hab Velocity Ronja, willst du Velocity haben? Ich kann kein Ender-Pan mehr kaufen Glaubst du, das geht? Ja, da wird mir schlecht von Ich kann auch nicht Ja, warte, warte, ich muss mich erst heilen Ich hab kein Ender-Pan mehr kaufen Aber das Ding, ich frag mich so so Wieso haben die Entwickler das so schlecht programmiert? Mein Gefall? Ich hab keine Sachen Ich hab keine Sachen Okay, Leute Das könnten meine letzten Leute Ich hab ein Geschenk gekauft Dann warte Oh mein Gott Wollen, der stirbt in 3 Oh Nein Ich glaub ich kann nicht viel überleben Nein Nein, du warne Wolf Du bist ein bisschen schlecht, habe ich das schon mal gesagt Ich bin nicht schlecht Ich hab das unmögliche möglich gemacht Ich hab das unmögliche fast möglich gemacht Ey, wir werden das nochmal machen Ey, wir werden das nochmal machen Oh man Was macht ihr eigentlich schon wieder für ein Mist die ganze Zeit Okay Tops, wenn du einmal mit dabei sein willst Bei den coolen Kids dann kommen wir jetzt hin Wir brechen in die Area 51 an Wirklich? Wir brechen in die Area 51 an Wirklich? Wir brechen in die Area 51 an Tops Tops geht nicht Tops geht nicht Tops hat mich ein Herz runtergeklangen Nein Ich würde dich jetzt wirklich, wenn du einmal fliegst Ich hatte ein Herz Tops, es geht hier für das Wohl der Mensch hat Nicht für irgendwie, wer ein Wolf gewinnt Für die Horde Richtig Für die Horde Okay, erstmal sammle Emeralds, okay? Sophie, du kannst auch mitmachen Ich hab schon Emeralds Ich hab schon Emeralds Ich kann es auch mit Ich bin bei Tops stink Ich weiß nicht wo Tops stinkt das Du musst in den Kamin und dann bei den Kaminen rein irgendwie drücken Weißt du nicht wo der Kamin ist? Im Haus, wenn du von spawnen Ich kann sie holen Ich kann sie holen Okay Ja pack sie an die Haare und ziehst du so mit Frech Ich hab 60, ich hab 64 Dings, Emeralds, 64 Holz, Alter. Egal, 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 Ronne wird das schon alleine überleben, okay, in der Penne, nein, ich hab Geschenk kauft, drum muss ich dich, Geschenk, Zufs, Geschenk. Du musst nur rein, wie geh ich raus? Ja, 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 das ist wirklich exotiert, okay, komm, ist einfach der größte Penner, ey, wir müssen jetzt hier Dings, komm her, das ist jetzt, es geht um viel mehr, als nur um, den Wolf zu töten, okay? Nein, tubs auf, komm, tubs. Ich hab dich nur geboostet, Jun, damit du schneller hochkommst. Ich hab vier Herzen auf, tubs. Ich komm jetzt den Bogen, wenn du... Wenn du... Ja, 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 ich hab noch ein bisschen Herz... Ich glaub, das geht? Ich hab jetzt 300 Fällen. Eigentlich. Da hinten ist die... Das ist die Schulmap. Ist der? 3, 2, 1... NEEEEEEIN! Jürn, kriegst du es los. Oh... Jürn, haufer! Ich geb dir auch noch eine Indie-Perl, okay? Nein, nein, nein. Ah... Schau mit Zuflucht. Ey, Jun, nein, nein, nein. Mach nicht, mach nicht mal nicht. Ich hab... Jürn, du bist... Ja. Jürn, du bist tot. Okay, Leute. Nein, Jürn. Nein, nein, nein. Ich hab's umlebt. Ich hab's umlebt. Zähl mal hinter dir und schieß dich auf den Berg rauf. Und dann schieß rüber. Kann ich mir nochmal eine Indie-Perl? Nee, ich kann keine Indie-Perl. Gib mir ein Indie-Perl. Gib mir eine Indie-Perl. schießt euch auf den berg hinter euch hast du welche wie viele hast du hast du noch eine hast du noch was noch ein bisschen ich habe meine ich kann ich habe meine wir müssen noch ein so und weil wir können das wusste kommt das auf diesen vorsprung doch mein gott ich bin was wieso dann das ist das puls tracer ja ich habe noch in der fülle ich habe aber ich kann ganz hoch springen ich kann ganz hoch springen hinter den kulissen von hier gibt es keine keine kürze frei wo er soll ich glaube ich bin so das glas was ist das für ein geräusch ist meine waffe ist meine neue waffe ich kann nicht mit dem handeln gerade ich habe jetzt die damit macht das kam jetzt ich habe jetzt prüfen füße ding ist gut hat jemand bei emeralds hast du noch rote ding ich bin auch ich bin ich bin ich habe nix mehr warte 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 was ist das ich brauche noch mehr enderpam ich brauche 5 rubies 5 rubies ich habe keine rubies mehr ich habe leider keine rubies man kann sich hier um gold emeralds und sowas traden echt um rotten flesh emeralds ey wieso wäre ich nie den geheimen shop hier gefunden ja ich weiß dass es nicht sehr geheim ist warte wo kann man sich gold emeralds traden hier bei dem typen bei dem typen die ganze zeit den dingen sonst oh mein gott oh mein gott oh mein gott das macht sehr viel damage oh oh noch mal rubies ich bin schuldig doch hier was hast du dir geholt lasst du mir den kopf drücken ne ne Leute schutzig aus was zur helle wie kannst du dir das leisten Leute 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 komm her Flo Flo zeig mal Flo komm her Flo ey warte 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 ich will mir auch das kaufen kannst du es mir mal trauen oh ich hab mir 3 gekauft was endlich ups ey hör mich zu hauen Julian nee stop 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 ja was soll ich denn machen Flo schau mal Flo drück auf den klopf drück auf den klopf drück auf den klopf easy ich würde euch sagen wir haben mich gefällt nicht easy aber ich Endgame jetzt levelt ja also ich glaube ich habe Hunger Ronja hast du auch Hunger ich schreit so lange bis mich jemand killt Ronja warum hast du keinen Hunger weil ich vorher mit Freunden Döner essen war warum was hast du Döner gegessen hast du mit Spezialsoße gegessen nö mit Joghurtsoße das zur Hölle so ok naja gut ja ich würde mal sagen äh Michael Wolf das Geheimnis von Michael Wolf wird gelüft ey war voll geil wir haben es nie benutzt gell ja das ist für einen Knopf was macht der ey wenn es euch gefallen hat lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben da schlafen trauen wir schon erst wegen dem Geheimnis jetzt in die Ruhe schlafen in die Ruhe Jumme schlafen trauen wir schon erst tschau tschau let's go hoch oder gut Letstsn o tschau 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 Bis zum nächsten Mal.